Der Chaos Früher gab es nur Chaos. Doch eines Tages kam ein Licht und teilte das Chaos. Aus dem Chaos entstanden Ying und Yang. Wir brauchen jemanden, der sich um die Welt kümmert. Na gut, er wird Panku heißen. Ja! Aus dem Schweren bildete sich die Erde und aus dem Leichten der Himmel. Untertitelung des ZDF, 2020